Hallo, willkommen zum allerletzten Börsencocktail für 2023. Wir haben ein Börsenjahr jetzt schon fast hinter uns, das doch ziemlich gut war. Der F&W Swiss 50 Index, der die 50 größten Schweizer Unternehmen beinhaltet, der ist immerhin 6% gestiegen. Das liegt vor allem daran, dass wir jetzt im Moment gerade so eine richtig schöne Jahresendrallye haben. Jetzt fragt sich natürlich Jahresendrallye, hört denn die dann genau auf, wenn das Jahr aufhört oder geht die noch weiter? Um diese Frage ganz genau zu beantworten, habe ich einen speziellen Gast hier im Studio eingeladen und vielleicht kennen einige von euch diesen Gast. Wenn nicht, dann stelle ich ihn kurz vor. Es ist unser New York-Korrespondent Valentin Ade, frisch aus New York eingeflogen sozusagen und er ist hier, um genau zu sagen, wo die Börse hingeht und dann auch noch einen kleinen Aktientipp euch mitgebracht hat und euch noch sagen wird, wer US-Präsident 2024 wird. Und das ist ja besonders spannend dieses Mal. Valentin, wie sieht es denn aus mit dieser Jahresendrallye? Wie lange geht die noch? Ist die haltbar sozusagen oder hört die dann wirklich auf am 31., wenn die Champagnerkorken knallen? Nein, also die Chancen, dass die Jahresendrallye weitergeht, die sind intakt. Auch, dass sie über das neue Jahr oder über Neujahr hinaus weitergehen, ist intakt. Man muss sehen, was sind da die Treiber? Die Inflation in den USA kommt seit Monaten relativ zahm daher. Der US-Arbeitsmarkt auch seit Monaten normalisiert sich. Das hat dazu geführt, dass die Anleger mehrheitlich annehmen, dass die US-Notenbank FED am Ende ihrer Zinserhöhung angelangt ist. Die Anleger schauen sogar weiter ins Neujahr und erwarten Zinssenkungen bereits im ersten Halbjahr vom FED. Das hat dazu geführt, dass bereits heute die Anleihenrenditen gesunken sind und diese ganze Dynamik wirkt sich positiv auf Aktienkurse aus. Jetzt weiter geschaut, was wird in den nächsten Tagen entscheidend? Am Freitag kommt ein neuer Arbeitsmarktbericht. Bestätigt er die relative Normalisierung des US-Arbeitsmarktes? Kann diese Jahresendrallye weitergehen? Am Dienstag kommt ein neuer Inflationsbericht. Zeigt er weiterhin, wovon man ausgeht. Eine zahme Inflation kann die Jahresendrallye weitergehen. Ganz wichtig, am Mittwoch, kommenden Mittwoch, trifft sich das FED zu seiner letzten Zinssitzung in diesem Jahr. Bis heute signalisiert das FED einen letzten Zinsschritt für diese Sitzung. Der Markt geht davon aus und viele Beobachter aus, auch dass das FED diesen letzten Zinsschritt kassieren wird, dass es diesen Zinsschritt nicht vornehmen wird. Wird es dazu kommen, kann das alles eine schöne Dynamik entwickeln und die Jahresendrallye weiter treiben. FED-Chef Paul und Kollegen können dann eigentlich nur noch mit Rhetorik dagegenhalten, aber die Anleger haben sich, so wie es aussieht im Moment, so mit dem Szenario einer sanften Landung oder mit einem Goldlöckchen-Szenario angefreundet, sprich rückgehende Inflationen, normalisierender Arbeitsmarkt und trotz höherer Zinsen eine weiterhin brummende US-Wirtschaft, dass das FED und die FED-Vertreter es sehr schwer haben werden, diese quasi Jahresendrallye, diese Jahresendparty irgendwie noch zu dämpfen. Was ist denn dein Bauchgefühl? Zinsschritt nächste Woche, ja oder nein? Ich glaube, er wird nicht kommen, weil er auch nicht notwendig ist. Es sieht alles danach aus, dass sich die Wirtschaft sanft abkühlt, dass die Inflation zurückkommt. Das FED muss gar nicht noch mehr machen. Hand herum sollte es diesen Schritt folgen lassen, dann sieht es eher so aus, als würde das FED mutwillig die Wirtschaft abwürgen wollen und das will es nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie das wirklich wollen. Aber das sind so ein bisschen die kurzfristigen Sachen, die sind natürlich wichtig dann auch für mindestens das erste Quartal vom nächsten Jahr. Wie sieht es denn aus, wenn wir ein bisschen weiter nach vorne schauen, so ein bisschen für das ganze 2024? Ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig jetzt schon zu sagen, aber worauf sollte man achten, wenn wir jetzt ein bisschen weiter vorausschauen? Wie gesagt, ich glaube, der Markt glaubt, die Beobachter glauben, die Ökonomen glauben, die Anleger glauben, das FED wird im ersten Halbjahr die Zinsen senken müssen, will es, wie gesagt, nicht mutwillig die Wirtschaft abwürgen. Das kann durchaus zuträglich für die Aktien, für die Börsen sein. Auf der anderen Seite, was treibt denn überhaupt Aktienkurse? Das sind die Unternehmensgewinne bzw. die Erwartungen an die Unternehmensgewinne. Und da sieht es so aus, dass die Analysten für die US-Unternehmen, die Erwartungen sind zwar gestiegen, die sind aber nicht überrissen. Also es ist durchaus möglich, dass auf breiter Front in den nächsten Quartalen die US-Unternehmen mit ihren Zahlen positiv überraschen werden. Das wird wiederum die Kurse treiben. Und dann wird es darauf ankommen, was macht die Wirtschaft im Gesamten und bei der US-Wirtschaft muss man sehen, was ist denn die große Stütze, der große Treiber. Das ist der Konsum. Das ist, wie sich die US-Verbraucher in Globo verhalten. Da muss man einfach sehen, der Arbeitsmarkt brummt weiterhin, auch wenn er sich normalisiert. Es herrscht Vollbeschäftigung. Da verträgt es durchaus ein paar Basispünktchen an steigender Arbeitslosigkeit. Plus es gibt reale Lohnzuwächse. Seit dem letzten Sommer ist das Lohnwachstum größer als die Inflation. Wenn diese Dynamik noch ein bisschen weiter geht, dann kann der US-Konsum stark bleiben. Dann kann der US-Konsum die US-Wirtschaft weiterhin tragen und die Rezession kann dann vermieden werden. Das hört sich ehrlich gesagt, Valentin, ein bisschen zu gut an, um wahr zu sein. Das ist sehr, sehr positiv. Deswegen bin ich besonders gespannt. Hast du nur auch eine Prognose für 20, 24 Aktienmarkt? Wenn ich jetzt raten müsste, wäre die zweistellig? Vielleicht will ich mich nicht zu sehr so aus dem Fenster rauslehnen. Die Rezession kann nicht ausgeschlossen werden. Ich will nicht allzu positiv und zu rosig daherkommen. Es wäre, man muss sagen, es wäre ein historischer Ausreißer, denn ein Zinserierungszyklus, das Fett, hat noch immer in einer Rezession geendet. Im Moment sieht es allerdings so aus, als würde diese sanfte Landung wirklich hinkommen. Und wenn wir externe Schocks, wie zum Beispiel eine Eskalation des Nahostkonflikts, eine weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs oder eine weitere Eskalation der Taiwan-Frage vermeiden und die Wirtschaft, die US-Wirtschaft weiter vor sich hin brummt, dann ist durchaus der historische Schnitt des US-Aktienmarkts in den letzten 100 Jahren von 6 Prozent per annum dreht. Okay, dann bist du ein bisschen pessimistischer sogar als ich, weil ich glaube, wir können zweistellig werden im nächsten Jahr in den USA. Du hast die Rezession angesprochen. Ich spüre so ein bisschen durch, dass du denkst, du hast es glaube ich auch gesagt, eine Rezession ist durchaus möglich und das hätte dann wahrscheinlich auch Einfluss auf die Präsidentschaftswahlen 2024. Wie siehst du das? Das ist so. Nächstes Jahr Präsidentschaftswahljahr. Man muss sehen, interessant, historische Anekdote, die US-Börsen haben sich im Präsidentschaftswahljahr eigentlich immer relativ gut entwickelt. Wenn sie sich nicht relativ gut entwickelt haben, sprich, wenn es zu einer Rezession im Präsidentschaftswahljahr gekommen ist in der Vergangenheit, hat es fast immer dem Amtsinhaber das Amt gekostet. Entscheidend wird, was im dritten Quartal 2024 passiert. Dann nämlich formen die US-Wähler ihre Meinung, wen wählen sie im November, am zweiten Dienstag im November 2024. Sollte es zur Rezession kommen mit merklichen beim Anstieg der Arbeitslosigkeit, mit merklichen finanziellen Einbußen für die US-Konsumenten, für die US-Wähler, dann wird es Joe Biden unglaublich schwer haben, im Amt zu bleiben. Man muss aber sagen, sein republikanischer Gegenkandidat wird höchstwahrscheinlich wieder Donald Trump heißen. Und Donald Trump hat es seit 2016 schwer gehabt, bzw. es war fast unmöglich für ihn, die Mitte der Bevölkerung, sprich, die ach so wichtigen Wechselwähler für sich zu gewinnen. Das heißt, bei einem Gegner Donald Trump könnte es Joe Biden sogar bei einer Rezession vielleicht schaffen, im Amt zu bleiben. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt möchte ich trotzdem noch eine kurze Prognose, wenn wir dich von hier haben, nicht nur zum Aktienmarkt, sondern zu genau diesem Wahlkampf. Es hat sich so ein bisschen angehört, als ob du sagst, Biden wird das Rennen machen. Glaubst du, Biden wird das Rennen machen? Ich glaube, Biden wird das Rennen machen. Die US-Wähler werden, sollte die Rezession vermieden werden in Q3. Dann wird Biden das Rennen machen. Weil Trump wird es so schwer haben, die Wechselwähler für sich zu gewinnen, die er nie gewinnen konnte. Sollte es zur Rezession kommen, dann wird es etwas spannender. Okay, ich bin gespannt. Jetzt bist du nicht nur hier, um uns die Prognose zum Aktienmarkt mitzugeben, sondern du hast auch noch einen ganz spannenden Aktientipp mitgebracht für 2024. Wer ist denn das? Das ist Honeywell. Honeywell ist ein US-Industrieunternehmen, global präsent. Die Amerikaner kennen Honeywell vom Schriftzug auf ihren Steuerungsgerätchen für die Heizung oder die Klimaanlage zu Hause. Honeywell profitiert unter anderem von etwas, was nächstes Jahr auch die Wirtschaft zusätzlich stützen könnte. Washington hat in den letzten Jahren massive Ausgaben und Fördergesetze für die heimische Infrastruktur, für erneuerbare Energien, für die Elektromobilität, für die heimische Chip-Branche gesprochen. Das hat immense private Investitionen nach sich gezogen. Das wird sich 2024 nochmal deutlich in der Wirtschaft zeigen. Davon gehen viele Experten aus. Und Honeywell ist quasi in den aufgezählten Branchen unabdingbarer Zulieferer von Steuerungselektronik, von Software, von Produkten, die effizienzsteigernd und vor allem automatisierend wirken für Corporate America, bei Fabriken, bei Logistikzentren, bei Kraftwerken. Also alles das, was im Moment beschleunigt vonstatten geht, da ist Honeywell dabei. Und hat sich in dem Sinn ein Portfolio auch aufgebaut, das aufgrund der unabdingbaren Produkte und aufgrund des starken Auftragseingangs stark bleiben dürfte, selbst wenn 2024 die Rezession eintreffen könnte. Also Honeywell als Aktie ist sicher eine langfristige Position wert, aber vielleicht auch kurzfristig sollte der Einbruch kommen, könnte die sich stabiler halten als andere. Interessant. Wir waren glaube ich beide 2023 ziemlich Fans von General Electric, GE. Honeywell historisch gesehen ist auch so ein bisschen in der Area tätig. Würdest du GE im Moment eher vorsichtig sein, jetzt sind für 2024? Hast du da eine Meinung zu? Also die Titel haben ziemlich viel gewonnen, haben ziemlich viel, nehmen vielleicht auch schon einiges vorweg. GE wird sich nochmal aufspalten, nächstes Jahr zum letzten Mal in einen erneuerbaren Energien oder in einem Windturbinen-Geschäft und in ein Luftfahrtgeschäft. Um diese Aufspaltungszeitpunkte herum sieht man historisch nochmal Outperformance von den entsprechenden Aktien. Man könnte vielleicht eben aufgrund dessen darauf gehen. Ansonsten sicher langfristig, bin ich überzeugt, GE langfristig eine Position wert. Ob sie kurzfristig große Outperformance zeigen können, da werden sie schwer haben, einfach weil sie schon so gut gelaufen sind in den letzten Monaten. Abgesehen von Aktien in den USA kaufen, ist ja auch immer ganz beliebt in die USA zu fahren und da einzukaufen wie wild. Das war ja immer super billig. Jetzt hört man so ein bisschen, dass in den USA alles teuer geworden ist und dass wir eigentlich hier in Zürich lieber in H&M gehen oder irgendwie bei Digitec bestellen. Wie ist es denn nun wirklich? Also gerade New York, wo man ja gerne zum Christmas-Shopping traditionell hinfährt, ist sehr teuer geworden. Der Inflationsschub im vergangenen Jahr hat sehr viel verteuert. Vor allem, wenn man als Tourist hinkommt. Hotelübernachtung, der Restaurantbesuch ist sehr teuer geworden. Also man macht es wahrscheinlich nur noch für den Spaß und nicht, um wirklich irgendwie die Schnäppchen abzugraben. Also dann lieber Honeywell kaufen als Christmas-Shopping in New York zumindest, auch wenn der Spaßfaktor da vielleicht nicht so hoch ist. Der rationale Investor würde das wahrscheinlich erzeugen. Der rationale Investor, genau. Und für den sind wir ja da, für den rationalen Investor, weil schlussendlich geht es ja um Geld und das ist wichtig. Und mit dem sind wir eigentlich schon am Ende. Ich möchte euch noch aufrufen, uns zu sagen, was ihr von uns hören wollt, welche Aktien, dass wir besprechen sollen, welche Themen interessant sind. Sagt uns das doch einfach. Ihr habt die Möglichkeit, uns das zu sagen per Kommentar etc. Aber erstmal möchte ich mich bedanken für eure Treue 2023 und war nicht in dir fürs im Studio sein und für deine guten Ratschläge. Vielen Dank, hat mich gefreut und bis bald.